Dann haben wir, gut, es ist jetzt, der Twitter-Bot hat das schon gespoilt. Es heißt iPhone 7. Das war auch vorher schon klar. Surprise. Das mit den Kameras und so war sowieso auch schon eine Stunde vorher klar, weil bei Amazon.com irgendwelche Hüllenhersteller rausgepurzelt sind. Eine Stunde im Sinne von 700 Monate. Wie meinst du? Also ich meine, die, ja gut, die Hüllen. Die Hüllen waren ja schon seit Mai rausgepurzelt. Ja, bei richtigen Hüllen, nicht mit so China-Hersteller, sondern so mit offiziellem Mockup drin und Zeug. Ja, ja. Offizielles Mockup, das gibt's nicht. Doch, klar gibt's das. Dann hast du hier solche Teile wie, wie ist die Bude? Wie heißt das? Spigen? Spigen? Keine Ahnung. Also. Spigen? Ja, das weiß ich nicht, wie die ausgesprochen werden. Diese Dinger hier, wo du halt die Fotos schon von der Linse und sowas drin hattest. Die sind eine Stunde vorher rausgekommen. Und das wusste ich auch nicht. Die 404-Seiten von Amazon, die haben jeweils einen Hund mit drauf. Ja, also das ist ein Hund von einem Mitarbeiter mit seinem Namen. Ja, und dann hast du irgendwie so einen lustigen kleinen roten Hund, der heißt dann Cannelloni. Was? Ja, was weißt du nicht? Lies mal in Twitter. Das muss an mir vorbeigegangen sein. Das ist ja absurd. Alles sehr absurd, ja. Nee, aber schauen wir eben nochmal nach dem Hund. Wo war der Hund? Von den Amazon-Links. Aber auch sowas, das muss doch eigentlich hier. Cannelli heißt der Hund. Entschuldigung. Ja, Cannelli. Die 404-Seite von Amazon. Hab ich noch nie gesehen. Ja, der ist ganz gut, der Hund. Ja. Hab auf verschiedene Hüllen angeklickt und sind verschiedene Hunde gekommen. Die haben verschiedene Hunde? Ja. Jede 404-Seite hat einen eigenen Hund von einem Amazon-Mitarbeiter. Gut, kann man machen. Egal. Auf jeden Fall, iPhone 7 haben wir, es sieht von der Form relativ ähnlich aus. Im Detail haben wir auch schon die ganzen Metall-Cases, Metall-Prototypen-Dinger gesehen. Das hat alles ziemlich genau gestimmt. Die Antennen sind so ein bisschen anders verlegt und all das. Die Kamerageschichte ist auch so wie vorher gesagt. Das hat eigentlich ziemlich präzise wieder mal gestimmt, oder? Ja, diesmal, ich meine, wie immer gibt es irgendwelches Detail durchgenudelt, was falsch war. Weil, ich meine, eine der größten Sachen, die ja auch relativ früh spekuliert und hin- und hergereicht wurde und die jetzt am Schluss einfach definitiv nicht vorhanden ist, ist ja der Smart-Connector für die Plus-Version. Oder iPhone Pro wurde ja auch mehrfach diskutiert. Und ich meine, es wäre nicht so erstaunlich, wenn nicht irgendwo tatsächlich ein Prototyp mit einem Smart-Connector rumgeflogen wäre. Aber es ist natürlich einfach definitiv keiner vorhanden im Produkt jetzt, das du am Schluss im Handel kaufen kannst. Also der Smart-Connector war auf jeden Fall aus der Perspektive gesehen eine Ente, auch wenn sie ihn vielleicht gegeben haben mag, irgendwo, irgendwann. Und ja, so ein paar Details haben sich dann auch, also ich meine, es kam ja ganz kurz vorher nochmal irgendwie 4K-Video bis hin zu 60 Frames pro Sekunde und solche Sachen, die sich dann auch als offensichtlich faktisch nicht vorhanden im Telefon herausgestellt haben. Aber der Rest, also da war, das waren jetzt also 90, 95 Prozent, waren klar, bis hin zu Stereo-Lautsprechern und anderen Details. Ich meine, auch der größere Akku, aber dass natürlich Apple auch am Schluss nochmal wirklich die Akkulaufzeit als Fortschritt praktisch herausgezogen hat, das war schon, das war grob klar, aber natürlich auch nochmal was, was interessant war. Ja, und genau, auch Wasserresistenz war auch was, was natürlich, was ja schon seit langem gehandelt wurde. Und natürlich, ja, der Kopfhörer, die Klinkenbuchse, die weg ist. Ich meine, das war ja echt so ein Urgerücht, dass es fast praktisch seit einem Jahr schon existiert hat. Also fast seit, seit es das 6S auf den Markt kam, kam, glaube ich, das Gerücht. Es kam sogar vielleicht schon beim 6S, das Gerücht mal, hier, die Klinkenbuchse fällt weg. Aber so seit Ende letzten Jahres wurde das schon deutlich stärker und AirPods als Name ist ja schon durchgereicht worden. Also da war schon viel dabei. Ja, auch die Trademark-Anmeldungen für hier A10 Fusion und Everyone Can Code und all das ist da rausgekommen. Aber die Geschichte, die Frage war ja, wie verkaufen sie es denn? Zum einen, wir machen zum dritten Mal das gleiche Gehäuse, wo du auch argumentieren könntest, das SE ist das dritte Fünfer, was sie da in dem gleichen Gehäuse verkaufen. Na gut, aber was sagen sie zu dem gleichen Gehäuse und zu dem verschwundenen Kopfhörer-Report? Ja, erstmal das Gehäuse, hat Johnny wieder ein Video gemacht, das hatten wir lange nicht. Ja, ich meine, Johnny-Videos sind immer super. Da ist auch völlig egal, was da erzählt und gezeigt wird, weil einfach mit der Stimme und den Bildern von was auch immer der Produktionsprozess jeweils ist, ist immer in jeder Form überzeugend. Ich meine, diese Videos kommen noch am ehesten den alten Steve Jobs Keynotes nahe, wo praktisch egal ist, was da eigentlich erzählt und vorgestellt wird. Das sieht halt gut aus. Ja, es sieht alles fantastisch natürlich aus und der Punkt ist, dass sie eigentlich das Design auf der einen Seite erwähnt haben, als einen großen Punkt auf der anderen Seite natürlich auch einfach übergangen haben, dass es einfach dasselbe Design nochmal ist. Ich meine, Eif erzählt ja irgendwas über, das ist jetzt in seiner Perfektion, der Urgedanke des ursprünglichen iPhones in seiner Perfektion zu Ende gedacht und irgendwas nähert sich der Vorstellung und so weiter. Das ist ja ganz lange Ausführung, aber ja, das ist natürlich. Ich meine, dieses Detail mit den Antennenstreifen ist schon, ich glaube, das wird schon, da werden schon viele auch bei Apple selbst froh gewesen sein drum, dass sie die jetzt so ein bisschen mehr losgeworden sind. Und vor allem gerade bei den zwei neuen schwarzen Varianten sind die ja doch deutlich unauffälliger als vorher, weil die Antennenstreifen, die waren einfach so, also schon beim iPhone 6 natürlich und beim 6S ebenfalls, das sind schon zwei Klonker, die da quer übers Gehäuse laufen. Richtig gut sieht das nicht aus. Naja, und insofern ist das Gehäuse auf eine gewisse Weise natürlich schon neu und mit, und das andere, ja, die andere Altheit wird halt durch das, durch die Schwarz und Glanzschwarz. Wie heißt es auf Deutsch? Diamant? Diamantschwarz? Jet Black? Echt? Diamantschwarz? Ich meine, dass ich irgendwo Diamantschwarz gelesen hätte und ausgeglichen, also da, das holt schon viel raus und auch die, man sieht ja auch, dass sie das von der Seite her, die ganzen Marketingaufnahmen sind sehr stark auf die zwei schwarzen Geräte natürlich ausgelegt, weil, ja, das sind nun mal die zwei, die wirklich wie am andersartigsten aussehen, wenn man so möchte. Diamantschwarz. Das andere ist dann Schwarz, dann Silbergold und Roségold wieder. Ich meine, die Antennenlinien sind hier schon auch noch da, bei den Hellen siehst du es halt nochmal deutlicher, weil die weiß auf dem Gold sind, aber sie sind halt grau auf dem Silbernen und schwarz auf dem Schwarzen, deswegen stechen sie beim Goldenen und beim Roségoldenen mehr raus. Aber das ist nur wirklich ein kleines Detail. Aber ich muss auch sagen, jetzt mal nur so vom Äußerlichen, das schwarze Fünfer war super, das geht wieder in die Richtung und das Diamantschwarze Jet Black, das ist natürlich auch schon, sieht auf den Produktshots fantastisch aus. Aber wenn Apple selber schon schreibt, kauft ihr mal eine Hülle, weil das zerkratzt wie Schwein, dann, naja. Das kann nichts Gutes bedeuten. Also ich weiß auch nicht, weil ich meine, Apple war sich noch nie zu schade, Produkte auf den Markt zu werfen, die wie verrückt zerkratzt sind, wenn du die nur schief angeschaut hast und sie haben nie dazu geschrieben, pack dir mal die Hülle drum. Das heißt, für dieses Ding würde ich das Allerschlimmste befürchten, was man nur befürchten kann. Also vielleicht ist es nicht so furchtbar und vielleicht wollen sie einfach nur im Vorfeld schon verhindern, dass die Leute dann auf die Barrikaden gehen. Zum Beispiel so ein iPhone Classic, was bis aufs Logicboard runter abgewetzt ist. Das sieht aber auch cool aus. Ja, definitiv. Also vielleicht ist das hier auch nicht so, dass es nicht ganz furchtbar aus. Ja gut, das Classic war ja auch, also bei hochglänzenden Sachen sieht das Abgerobbte immer schlechter aus als bei einem Aluminium zum Beispiel. Also das Classic war ja ein matteres Alu eigentlich und auch die alten hochglänzenden iPods, die es so gab im Laufe der Zeit, egal ob jetzt Alu oder Weiß oder auch das iPhone 3G und 3GS, die ja auch so praktisch eine hochglänzende Plastikrückseite hatten. Das sah schon, ich weiß nicht, ob das so toll ist, also ob der Abgerockteffekt so gut am Schluss aussieht. Aber das muss man abwarten, das ist ja unmöglich jetzt einzuschätzen, ohne das mal ein bisschen in den Fingern geraten zu haben. Und mal gesehen zu haben, was vorhin passiert, sobald es den Fingern hat. Das habe ich gesehen, das habe ich auf den Hands-on-Area-Videos gesehen. Und sobald deine Hand in die Nähe von dem Ding kommt, hat es Fingerabdrücke drauf. Ist irgendwie auch klar. Aber es ist wahrscheinlich, also ich meine, es ist halt so wie mit der Vorderseite auch, die auch Fingerabdrücke anzieht wie Magie. Aber du wischst es ja immer in der Hosentasche ab. Oder wenn du es halt nicht tust, dann sieht es immer aus wie Schwein. Das kenne ich auch. Weißt du, wenn du die nicht in die Hosentasche steckst, sondern irgendwo in der Jackentasche, wo es nicht so reibt, dann halt Dreck. Und ich weiß nicht, also es muss man auch mal sehen, wie die Mitarbeiter im Laden hinterherkommen, die Dinger zu putzen. Wie sie sich dort dann präsentieren. Weiß ich nicht. Aber es sieht sehr verlockend aus. Es sieht definitiv verlockend aus. Extrem sogar. Aber ja, also man sollte, also Leute, die sowieso empfindlich auf Kratzer auf ihren Geräten reagieren oder Fingerabdrücke, die müssen eigentlich extrem wahnsinnig werden. Und wenn du es wieder in eine Hülle packst, dann kannst du es dir eigentlich auch sparen. Oder ich meine, was ist dann der Sinn? Gut, kannst du ja irgendeine durchsichtige Hülle zum Beispiel nehmen. Aber das ist halt auch, also ich habe es ja sowieso schon immer mit den Hüllen nicht so. Und das schon dazu zu schreiben, es ist so empfindlich, die Oberfläche, pack es mal lieber in eine Hülle, erscheint mir schon recht absurd, muss ich sagen. Ja, mei. Oh, sehr gut, das funktioniert nicht mehr. Meine Hülle ist halt jetzt so, die Lederhülle ist jetzt hier so an den Kanten schon sehr fertig. Aber ich finde das auch gar nicht so schlecht. Also das gibt noch einen schlimmer. Zum Beispiel die vom Tino, die sieht aus wie, also nur noch schwarz eigentlich. Ja, aber es hat schon was. Es ist nicht so schlecht eigentlich. Ja, das kann man, finde ich, schon machen. Und da fallen jetzt auch langsam so Brocken von der Seite raus, von dem Leder. Es wird immer schlimmer. Aber ich finde es irgendwie ganz nett. Ja, aber ich meine, von deinem diamantschwarzen iPhone würdest du ja jetzt wenig sehen unter dieser Hülle. Richtig. Kannst du ja regelmäßig mal auspacken und dich freuen, wie schön das aussieht. Ja, aber wer weiß. Also ich meine, so empfindlich, wie es beschrieben ist von Apple, bekommt es ja in der Hülle definitiv auch Kratzer. Ich meine, Hüllen sind ja auch, da brauchen ja nur mal ein bisschen was an Partikeln. reinzukommen. Ich empfehle Sand, sehr gut. Ja, Sand ist perfekt, perfekt zwischen Hülle und Gehäuse. Und du hast ja dann, dann hast du da die Superkratzer drauf. Da reicht es dir ja, wenn du einmal irgendwas, ein einziges Stückchen drin hast und fertig. Das robbt sich dann einmal durchs Gehäuse. Wenn man sich mal anschaut, was sie dieses Mal so gemacht haben für die alten Modelle, die sie weiterverkauft. Und das heißt, jetzt ist das Sechser rausgefallen. Haben sie das Sechser noch verkauft, oder? Bis vorgestern. Oder nicht? Ja. Und sie haben halt jetzt, was sie eigentlich schon immer machen, aber ich finde es immer noch schlimm. Bei den kleinen, also bei den älteren Modellen haben sie jetzt neue Speicherstufen, also bei den neuen Modellen, andersrum. Bei den neuen Modellen haben sie auch neue Speicherstufen, sondern es geht nämlich bei 64 los. 32. 32, meinte ich damit. Entschuldigung. Was rede ich denn? Ich bin ja schon im Jahr 2018. Genau. Nein, sie fangen also bei 32 an und bei den alten, bei den 6s, haben sie die sinnvolle Speicherstufe von 64 raus. Da gibt es eben nämlich nur noch die 32er, die ist, nee, ich bin durcheinander. Aber es ist komisch, es ist immer, es fällt die sinnvolle Stufe bei dem alten raus. Ja, wie man, ich weiß nicht genau, wie sie mit den Preisen durchgeschwenkt sind bei den alten, aber sie haben es ja da auch jetzt, bieten halt einfach 32, 128 halt an. Also die 64er gibt es halt nicht mehr, aber es gibt halt eben auch nicht mehr die 16er. Und ich vermute, dass die 32er ja auf dem Preisniveau der alten gesenkten 16er liegen sollte. Ja, richtig, aber die sinnvolle Stufe von 64 fehlt. Ja, also 32 ist bei den alten das neue 64, was nicht so super ist. Also es ist auch billiger. Ja gut, wenn man es so aussieht, aber es ist das neue 16er. Ja, nein. 128 ist zu viel und 32 ist zu wenig und das sinnvolle 64er fehlt, das wollte ich damit sagen. Ja, aber sinnvoll ist vor allem nicht das alte 6s zu kaufen zum jetzigen Zeitpunkt. Auch das, aber zum Beispiel Mademoiselle WhatsApp, die wollte sich ja ein neues, habe ich das hier schon erzählt? Die wollte sich ein SE kaufen. Ja, an dem Tag, wo das SE rauskam, habe ich ihr geschrieben, jetzt kannst du eins kaufen. Kauf dir ein SE. Ich habe ja sogar ein günstiges Angebot rausgesucht. 20 Euro für ein SE mit Vertrag. Hier, gut. Hat sie bestellt, war nicht lieferbar. Und schreibt ihr der Händler, du, ich kann dir auch ein 6s geben. Willst du ein 6s? Sagst du, ja super. Jetzt hat sie ein brandneues 6s. Ja, gut. Weil letzte Woche war ich im Apple Store und habe Leute iPhones kaufen sehen. Und da ist man wirklich versucht hinzugehen, diese zu schütteln. Nein, hast du den Verstand verloren? Was ist los mit dir? So drei Stunden oder sowas vor der Keynote kriege ich eine iMessage mit so einem Elektronik-Store-Angebotszettel. Ich kaufe mal ein 16er 6s. Es ist verrückt. Ja, es ist nicht sehr gut. Nee. Und also, ich meine, das 6s kann man jetzt eigentlich auch nicht kaufen. Aber ich finde vor allem diese fehlende 64, das machen sie schon immer so. Aber das finde ich trotzdem weiterhin albern. Ich las heute auf Twitter tatsächlich, Kudos an Apple, dass sie die 16 rausgenommen haben. Und dem kann ich nicht zustimmen. Weil ich fand es vorher eine Frechheit. Und irgendwie, weißt du, vorher was Kacke machen und dann nicht mehr so Kacke machen, da kriegst du echt, hat man kein Lob verdient für dich persönlich. Nee, der hat auch kein Lob verdient. Zumal die natürlich den alten Trick beibehalten, dass du faktisch das 32er nicht kaufen willst, sondern willst natürlich das 128er kaufen. Das heißt, der 32er ist eigentlich nur ein Fake-Modell, um dich auf die 100 Euro höhere Stufe zu bringen. Und der 1664er, das war dasselbe. Also diesen Ansatz, der ist einfach zu clever. Der hat ja auch gezeigt, ich meine, seit Sie den fahren mit dem iPhone 6, hat sich der Durchschnittspreis des iPhones auch deutlich erhöht. Ja, wobei, ich sehe aber bei, wenn du jetzt so Prospekte von irgendwelchen Mediamarkt und Zeug, Schweineladen anschaust, da ist eigentlich sehr oft das Kleinste drin, weil es am billigsten ist. Und ich weiß nicht, ob du dann im Laden irgendwie den Upsell kriegst und sagst, hier kriegst du nur 100 Mark mehr, kriegst du den. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht haben sie halt auch, die werden schon weggehen, die Kleinen. Definitiv. Also ich meine, nur die 32er sind, ich meine, das ist immer noch an der unteren Grenze, aber ich meine, damit kommst du schon klar mit 32 GB. Ich denke, das ist schon eine vertretbare Größe. Wir vergessen immer nicht, dass das nur WhatsApp ist. Das ist nur eine WhatsApp-Maschine. Ja, aber selbst WhatsApp. Ich meine, das belegt ordentlich Speicherplatz nach kurzer Zeit. Ja, wenn du dir da Fotos zuschickst und so weiter. Das ist nur für Text. Also ich habe ja, ich habe jemanden in der Familie, nicht meine Frau, Gottes Willen, mit einem 16 GB iPhone und die ist nur im Kurzen. Weil, also es geht jetzt, ihr habt verstanden, dass ihr um die 2 Euro im Monat für iCloud Drive nicht rumkommt. Aber das Ding ist halt dauernd voll. Und dann wirklich solche Sachen, man ist halt im Urlaub, hat nicht andauernd Netz. Und dann ist das Ding halt plötzlich voll, weil der natürlich keine neuen Videos mehr in die Wolke pumpen kann. Ey, ist total blöd. Aber ich meine, was soll sie machen? Hat sie halt irgendwie zu Weihnachten von ihrem Freund bekommen? Ja, Videos ist halt absoluter Killer natürlich. Ja, und tatsächlich, dieses Zusatzproblem, das im Urlaub sein, weil erstens man da ja, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man Fotos und Videos macht, mitunter enorm. Und das zweite Problem, dass man halt zugleich eben keine schnelle Datenverbindung hat oder zumindest vielleicht irgendwie nur ein grausames Hotel-WLAN oder halt, wer weiß was für, also auf jeden Fall nicht die Datenverbindung, die man zu Hause hat. Das ist schon eine fiese Kombination, weil selbst wenn du irgendwie den Radikalansatz fährst und sagst, ich mach halt Google Fotos oder sowas, schieb einfach alles zu Google und dann hab nichts mehr auf meinem Gerät. Im Urlaub, ja, wirst du mit dieser Strategie halt dann auch nicht weit kommen unter Umständen. Oder musst halt vorher planen und musst vorher dein Gerät irgendwie lehren. Und das heißt, du musst dich so damit auseinandersetzen und so viel drumherum machen, was wahrscheinlich viele auch nicht machen werden. Also, wenn man da reingefallen ist, gibt's ja Zusatzzeug, ne? Also, du kannst dir so einen Lightning-USB-Stick kaufen für dein Gerät und da im Urlaub die Fotos runterpumpen. Das ist so mitteltoll, weil du natürlich da irgendwie dran denken musst und das irgendwie im Kopf haben musst und so. Aber das halt so 60 bis 100 Euro und dann hast du ein bisschen Platz für sowas. Ich mein, die hätte man vorher halt gleich in ein großes iPhone stecken können. Ja, gut. Verstehen Sie, das weiß man vielleicht. Dann nachher ist man immer schlauer und so. Die Verbindung mit dem Akku-Hülle ist ja auch nicht so dumm. Mofi und so weiter bieten ja inzwischen auch eigentlich alle eine Variante mit Zusatzspeicherplatz an, auf den halt auch dein Zeug nochmal drauf quetschen kannst. Aber es ist natürlich auch immer nur so ein Feigenblatt, also was für eine Zeit lang mal hilft. Und am Schluss hast du den externen Speicherplatz auch voll und hast dein Telefon auch voll. Wir machen einfach alle zu viele Fotos und Videos. Das ist einfach das Basisproblem. Und deshalb hilft nur, es hilft, unterm Strich hilft nur, dass dieses Zeug möglichst schnell und möglichst ausführlich irgendwo in der Cloud landet, weil anders kannst du dem sowieso nicht mehr Herr werden. Und das ist einfach im Urlaub nach wie vor noch ein Problem. Also da kollidieren einfach viele Sachen in diesem Urlaubsszenario, was das besonders tückisch mal. Jetzt ist ja bei dem, also es ist das gleiche Gehäuse und Kram, aber trotzdem haben sie ja nicht nichts gemacht. Also irgendwie diese Vierkern-CPU hört sich sehr spannend an. Das werden sie, also ich gehe mal davon aus, dass sie das auch irgendwie geregelt bekommen haben, dass das gut funktioniert. Und da können sie sicherlich auch, wenn sie Daten von vielen Benutzern haben, noch ein bisschen nachregulieren und dann sagen, also die CPU hat vier Kerne, vier leistungsschwache, aber energiesparende und zwei schwache und zwei starke. Macht zusammen vier. Und damit können sie eben Strom sparen, wenn nicht so viel los ist oder richtig Gas geben, wenn was los ist. Oder vielleicht sogar auch alle vier gleichzeitig benutzen. Weiß ich nicht, ob das dann denkbar ist für irgendwelche Spielegeschichten. Und sie dann nicht irgendwie sagt, dass zwei davon irgendwie krasse Performance-Cores sind, die irgendwie Sonderzeug machen. Müssen wir mal sehen, was das genau bedeutet. Das wird sicherlich demnächst alles auseinandergenommen. Aber das ist schon beeindruckend. Aber an sich ist es halt schon recht, also es ist ein kleiner, kleiner Schritt eigentlich nur, oder? Oder heben sie sich eben für das nächste Jahr für das Zehnjährige das große neue Ding auf? Naja, also ich weiß nicht, ob sie es sich aufheben, aber es ist, glaube ich, relativ klar, dass es nächstes Jahr erst kommt. Und das iPhone 7 legt schon viele Grundlagen, auch was jetzt den Homebutton angeht, der dann einfach wegfällt. Alle Elemente dafür sind halt jetzt vorhanden, dass dieser Homebutton einfach wegfallen kann. Nur jetzt ist er halt noch da. Er ist halt nur nicht mehr mechanisch. Das wird vor allem Apple freuen, wegen was Reparaturen angeht. Und vielleicht auch dem Besitzer, wenn er das iPhone nicht zur Reparatur geben muss oder es halt nach zwei, drei Jahren immer noch der Homebutton funktioniert. Hoffentlich. Reset ist ja jetzt dann gewandert, irgendwie über Standby und Lautstärke runter. Also, weil du kannst ja den Homebutton nicht mehr für solche Sachen dann benutzen. Also das ist ganz interessant. Und dass sie da natürlich jetzt mit der mehr verstärkt auf die Taptic Engine setzen und auch eine API dafür bereitstellen, das sind durchaus spannende Sachen. Also ich stehe ja der ganzen Force-Touch-Trackpad-Geschichte immer noch irgendwo neutral bis leicht negativ gegenüber. Also ich bin am Mac, also an den MacBooks mir nach wie vor nicht klar, wie grandios ich diese Force-Touch-Trackpads finden soll. Also wie grandios ist sowieso völlig übertrieben. Also wie gut ich die überhaupt heißen soll und wie nützlich ich das finden soll. Weil auch da ist ja die API da und auch da kann ja Zeug angeboten und integriert werden. Und Apple selbst macht es ja auch. Also dass du irgendwie Zeug nachschlagen kannst zum Beispiel. Und ich bin mir da immer noch nicht klar geworden. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob iPhone-seitig mich das mehr überzeugen oder begeistern kann, was sie da mit der Taptic Engine anstellen und welchen Anklang das natürlich auch unter Entwicklern dann findet. Und ja, wie sinnvoll das am Schluss ist jetzt auch außerhalb von Spielen zum Beispiel, dass da irgendwas an meinem Telefon noch zusätzlich vibriert. Wenn ich, ja, wie haben sie es, glaube ich, gezeigt bei Instagram, bei der Demo, wenn du irgendwie den Zoom-Regler ziehst, dann fängt es irgendwo an zu vibrieren. Ich weiß nicht, ob das so... Ja, also das ist halt auch ungefähr acht Jahre überfällig, dass du da eine API hast für den Vibrationsmotor. Ja. Und bisher war das, das ist, bisher hing das dran, ich habe es mir noch nicht angeschaut, wie es jetzt ist, aber bisher hing das an der Audio-API dran und du hattest nur die Möglichkeit, dem Vibrationsmotor zu sagen, geh kurz an. Ja, und das war alles. Und dann hat es halt irgendwie SIT gemacht und das war's. Und man sieht ja in den Gaming-Controllern, was du mit sowas wie Force-Feedback machen kannst. Also das ist, glaube ich, schon, da geht noch mehr mit, ja. Was lustig ist, weil wir jetzt halt so, wir reden so über die neuen Features und finden das zum Teil gut, zum Teil okay. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von jemandem, der nicht so nah an der Technik dran ist, der sich halt das Video angeschaut hat und ich möchte kurz den Chatverlauf verlesen, weil das ist offensichtlich das, was bei zumindest einem Teil der Nicht-Nerds angekommen ist und er schrieb, sag mal, das ist ein Witz mit dem Siebener, oder? Ich habe gerade das offizielle Video gesehen und die haben im Großen und Ganzen eigentlich nur die Kamera und das Display verbessert. Ach ja, und das ist spritzwassergeschützt. Lol. Dachte, da kommt jetzt mal so ein Teil, mit dem du 90 Prozent deine Alltagsgeräte steuern und managen kannst. Aha. Wieso? Ja, das war, ich verstehe nicht, wieso. Ich habe mir nochmal erklärt, so, ja, guck mal, hier, voll gut Prozessor und Speicher und dieses und jenes. Und Alltagsgeräte steuern kannst du schon lange, wenn du halt Homekit-Geräte gefunden hast, irgendwo, die es noch nicht so gut gibt. Aber theoretisch geht das halt schon und das halt ein Software-Feature ist. Ich habe keine Antwort mehr bekommen. Ja. Nee, also, ich glaube auch, da kommen wir gleich noch drauf, was so, ob das jetzt eine mutige Entscheidung war oder nicht, aber viele Käufer schauen sich ja dieses Video nicht an. Also diese Präsentation, und diese, wer soll sich denn diese Zwei-Stunden-Schichte anschauen? Ja, alles in der Welt. Wer würde sowas freiwillig tun, wenn man sich hauptsächlich für WhatsApp interessiert und solche Sachen? Deswegen weiß ich nicht, was von dieser Botschaft, die da so drinsteckt, im Mediamarkt ankommt oder im Handyshop. Ja, das weiß ich nicht. Weil eine Diskussion vorher war ja auch, lassen sie einfach die Zahl weg. Sie sagen einfach iPhone. Und du hast die Tabelle da, wie viel Geld willst du ausgeben im Monat? 20 bis 30? Dann sagst du 25, dann kriegst du ein 6S. Also ist eigentlich völlig wurscht, was sie erzählen und erklären und Zeug, weil du überlegst dir auch nicht, brauchst du jetzt irgendwie den Adapter oder nicht? Kommen wir gleich drauf. Aber du kaufst das Ding und dann siehst du, oh, X geht nicht mehr. Mein 30-Pin-iPod-Ladekabel geht nicht mehr. Dann gehst du nochmal in den Laden, kaufst dir das Zubehör. Weil du es einfach vorher nicht wusstest. Ja. Ja. Gut. Ich hatte mich noch gefragt, ich hatte mal eine Version von einem Gerücht gesehen, dass der Mute-Switch, der Lautlosschalter wegfallen könnte. Und der ist immer noch drin. Das ist schön. Sie haben auch gesagt, was ich relativ spannend finde, dass das jetzt Stereo-Lautsprecher wären. Wobei der eine geht hier so zur Seite raus, nach links, und der andere geht so nach oben raus. Das ist nämlich der Lautsprecher in deinem Earpiece. Ist das Stereo, oder hört sich das schief an? Das ist vielleicht eine Frage dessen, wie weit du weg bist, aber dann ist es eh auch schon wieder Wurzlubs-Stereos oder nicht. Ja, ist ein bisschen seltsam. Vor allem, weil das ja andere auch schon vorgemacht haben, dass das geht, dass man das machen kann. Natürlich würde, wenn man es anders macht, bedeuten, man müsste noch einen dritten Lautsprecher einbauen an der Stelle. Braucht wieder Platz. Geht natürlich nicht, weil wir den nicht haben. Ähm, ja, hm. Hm. Hm.